Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Meine Videos sind typischerweise zu lang. Darum sage ich das jetzt, um noch ein bisschen Zeit zu verschwenden. Aber ich möchte mich heute mal in einem wirklich kurzen Video probieren. Thema, wir haben eine Floating Point Number und wir wollen Nachkommastellen abschneiden. Mir sind vier Wege eingefallen, dies zu tun. Und im Grunde stehen sie hier alle schon. Wir können die Round Function benutzen. Die ist built-in. Wir können, ja, Round, wir übergeben das Argument x und sagen, wie viele Nachkommastellen wir haben wollen. Zweite Variante, wir nutzen Pythons Fähigkeiten für f-Strings aus. Hier können wir nämlich sagen, wir wollen x printen, aber nur gerundet bis auf zwei Nachkommastellen. Das gibt uns ein String, den wir mit float wieder eine float casten können. Dritter Weg. Wir können die Integer-Division benutzen. Wir Integer teilen unsere Floating Point Zahl durch, weil es hier auf die zweite Nachkommastelle beispielhaft gehen soll, durch 1e-2, also 0,01. Wir müssen das Ganze dann aber auch mit diesem 0,01 oder 1e-2 wieder ausmultiplizieren. Und ganz zum Schluss, wir multiplizieren unsere Float einfach, in dem Fall mit 100, 1e2. Dann nehmen wir davon Int, das schneidet alle Nachkommastellen weg, aber zwei Nachkommastellen haben wir ja durch das Shiften mit 100 nach vorn gerettet. Nehmen davon also wieder float, damit es eine Floating Point Number wird, und multiplizieren sie mit 1e-2 aus. Wenn ich wirklich drüber nachdenke, ist es möglich, dass ich hier vielleicht die Float gar nicht brauche, weil das 1e-2 davor das sowieso in eine Float konvertieren würde. Schauen wir doch mal, ob das stimmt. So. Ich habe hier unten auch mal gleich mit Time It, möchte ich hier alle vier Methoden durchprobieren. Gucken wir uns erstmal an. Tatsache, wir brauchen das Float Casting gar nicht. Hier ist übrigens, was wir dann am Ende rausbekommen. Und wir sehen, dass das Round hat hier bei 10 Millionen Wiederholung 4,4 Sekunden gebraucht. Die String-Manipulation hat auch 4,4 Sekunden gebraucht. Die Integer-Division 0,1 Sekunde. Und auch hier dieser Back-and-forth-Integer-Trick knapp 2. Man muss hier beachten, diese vier Optionen verhalten sich unterschiedlich. Zwei davon runden mathematisch korrekt die ersten beiden. Das heißt, ich habe ja gerade ein Beispiel gewählt, wo die dritte Nachkommastelle in der 7 ist. Also beim Runden wird aufgerundet auf 3. 7,83. Die letzten beiden Optionen, die schneiden einfach knallhart oder eiskalt hinten ab. Das heißt, nach der 2 ist Schluss. Nichtsdestotrotz, die Timings hier sind überraschend. Also die Integer-Division ist mit Abstand die schnellste Möglichkeit. Gefolgt von der Back-and-forth-Integer-Conversion. Und dann etwas weiter abgeschlagen, die beiden mathematisch akkuraten Rundungen. Überraschend finde ich, dass Round hier genauso lange dauert, wie die Transformation in einen String, aus der heraus wieder eine Float zurückgewonnen wird. Ich weiß nicht, wie Round intern implementiert ist, aber jedenfalls ein Zeitgewinn stellt es nicht dar. Allerdings muss man sagen, dass Round natürlich zeigt von all diesen vier Optionen am ehesten die Intention an, was dieses Stück Code eigentlich tun soll. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.